Gut, ich bin durchgekommen. So, du weg, du weg, und du weg, du nicht weg, du weg, du weg, du weg, und du, wow, das hat mich gerade von alleine beschleunigt. So, Speedbooster! Moment, was mich gerade interessieren würde, ist eigentlich in der Mitte da vielleicht noch was? Wow! Das habe ich noch gar nicht nachgeschaut, dass hier in der Mitte vielleicht noch was ist. Ja, erstmal muss ich hier auch wieder mit Speedbooster, was? Ich habe im Wasser Speedbooster aktiviert, dass sowas überhaupt möglich ist. Wow! Ich bin schon fast zu weit weggegangen, aber einer, glaube ich, hat überlebt. Jetzt haben wir immer über mich rüber gesprungen. So, ja, nö. Ich speichere und schauen wir mal, ob hier was ist. Nö, anscheinend nicht. Gut. So, ich muss das Wasser. Au, egal. Ich bin guter Inge. Ich bin froh. Oh, hier hinten war doch auch noch was, oder nicht? Was ich nur mit V-Bomben aufbekomme. Oder? War es oder war es nicht? Ach ne, hier war das erste Artefakt. Stimmt, Artefakte muss ich auch noch irgendwie sammeln. Und da habe ich es jetzt noch keine gesehen. Komm mal da rein. Jo, da kann man runter. Ach, hier war wieder so ein Fisch zum Aufladen. Okay. Hallo, na? Atme auf. Solche Stationen muss man echt nutzen. Weil sonst... Ja, weil sonst... Tod und so. Und Verderben. Hm, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, das, was ich suche, ist auf der rechten Seite. Komm. Ich treffe dich noch. Ich treffe dich noch. Habe ich doch gesagt. Komm mal hier durch. Komm mal hier nochmal durch. Ach, hier unten, ne? Genau. So, und hier drin. War das? Ich weiß es gerade nicht mehr. Da, der Vogel. Den kann ich jetzt mal freien. Oder? Wow, das war knapp. Das war dumm. Das war noch dümmer. Obwohl, der ist zumindest genauso drin. So, einmal das. Und... 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 Und einfach drüberspringen. Wieso tue ich das? Jetzt speichere ich aber, wenn ich die Dinger besiegt habe. Oh, du läufst echt schnell, der eine. Ja, ja, ja. Jetzt. So, und... Rüber! So. Ich erinnere mich an einen Energietank. Und zwar den da. An dem ich vorher nicht dran kam. Jetzt aber sicher, oder? Wieso? Äh, nein. Kann ich auf der Augen und durch? Nö. Auf der Seite vielleicht? Moment, das war glaube ich ein bisschen weit genug nach links. Ansonsten befreie ich gleich mal den Vogel. Vielleicht macht der mir den Weg hier zum Energietank auf. Vielleicht ist das jetzt so ein netter Vogel und so. Der meint, ey, du hast mich befreit. Ich mach dir einen Energietank. Und so. Wow. Gucken wir doch mal. Ey, lauf nicht weg. Ah, das willst du mir halt so nur zeigen. Kann ich den Fressen nehmen? Ist das irgendwas? Also, dann zeigt mir nur den Rückweg. Äh, Moment mal, das ist ein neuer Weg. Oder? Tatsache, hier war ich noch gar nicht. Das ist alle befreien, oder wie? Als erstes würde ich gerne mal nach oben kommen. Nee. Oh, guck mal, die beiden machen lieber. Ich muss haben uns entdeckt. Oh, dass ich auch mal so eine Tür hier sehen würde, das wundert mich jetzt. Machen wir mal auf hier. Äh, geil. War eine Paarbombe drin. Ist mein anderer, wird ein anderer noch was drin? Die machen ja aber ganz eindeutig Liebe. Stürme ist mal dabei. Oder auch nicht. Dann hier noch, gucke. Okay, sonst ist hier nichts. So. Du willst mir nur zeigen. Yeah, hier kann ich hoch. Oder auch nicht. Moment, ich hätte mich so dran. Nö. Ich überlege, was soll ich dich eigentlich freilassen? Ich weiß noch, wo der Weg ist. Au. Soviel dazu. Okay, komm, ich lasse dich frei. Ich bin nett. Warte auf mich. Komm mit. Ich muss einen ersten Blick freimachen, damit ich hier durchkomme. Weil davor blockiert mir irgendwas den Weg und so. So, nehmen wir erstmal hier die Paarbombe. Habe ich wieder zwei. Mal speichern. Die beiden machen immer noch Liebe. Die beiden machen auch noch Liebe. Und verschwinden ins Nichts. Ja. So. Eigentlich wollte ich jetzt hier oben hin. Zwei, drei, vier, fünf. Oh, nochmal schauen, wo mich das hinführt. Okay. Noch höher, okay. Wow! Was? Alter, bitte. Was? Was? Ein Grafikfehler. Ich werde von einem Grafikfehler angegriffen. Der hier neu spawnt. Ja. Ein Grafik. Gibt's dir gut so? Mal gucken, ob ich dir helfen kann. Okay, dann stirbst du einfach da. Äh. Wo bin ich hier nur gelandet? Wuiu, Grafikfehler. Ich mag dieses Evasion. Was ist das? Artefakt. Oh. Cool. Speedbooster-Charge, joa. Das ist doch mein zweites Artefakt jetzt. Cool. Während ich hier von Grafikfehlern angegriffen werde. Joa. Ich würde sagen, shit happens, Kollege. Du kommst doch nicht mehr raus. Tschüss. Wohin, ne, ich habe Schaden bekommen, das will ich nicht. Irgendwie fehlen mir hier die Sounds. Moment, das hängt nicht noch. Jo. Jo. Die beiden sind auch wieder da. Oh, macht ihr wieder lieb? Nö, haut ab. Die beiden machen aber Liebe. Komme ich hier wieder raus? Ah. Gut. Äh. Achso, der lädt nur. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? Moment, gibt's vielleicht noch nicht mehr Weg, um da zum Energietag zu kommen? Wie von oben runterfallen? Wie von oben runterfallen? Moment, schauen wir mal nochmal. Hier öffnet sich nichts. Was ist das heißt? Ich guck mal von oben. Ich hab grad richtig Lust auf das Spiel immer noch. Ich hab jetzt mal an, wie lange ich schon aufnehme. Verdammt lang auf jeden Fall. Wow. Fast welche sind in die Stachel reingelaufen. Toll, Moment. Ach, der hat mich vergaßt. Bombe. Nein, nicht Bombe. Raketen. Richtig die Schwäche von dem Fliegen. Naja, ich als Fliege würde mich auch wundern. Äh, Moment, warum kommt denn eine Rakete auf mich zu? Wow, Sniper. So, hier unter mir etwa müsste es sein. Moment, aha, okay. Oh, bin ich jetzt gelandet? Ah, gotcha. So, wie komm ich jetzt hier wieder raus? Moment, hier hab ich noch mal ne Bombe bekommen, oder nicht? Aber der Weg ist jetzt zu. Okay. Moment. Äh. Hä, kommt man da weiter? Ne, ich wollte schon sagen. Komm jetzt raus, endlich da. Schöner Satz, baue ich drüben. Oh, yes. Gut, dann arbeiten wir jetzt erstmal hier wieder raus. Und dann wäre ich wahrscheinlich Schluss heute machen, erstmal. Und ich muss sagen, ich habe diesen aber richtig gut was erreicht. Ja, komm her. Also heute hab ich sich mit meinen Sniperkünsten. Jo, lauf an nichts entlang hoch. Warum nicht? Ja, ich muss sagen, warum bewege ich mich nicht mehr. Hä? Die Dinger könnte sich auch verwandeln. Aber machen wir keinen Schaden. Wow! War das knapp. Ja, der hat mir auch jetzt schon ein bisschen Geschaden gemacht, aber... Wayne, ich komme weiter. Ich habe Powerbomben. Sieben Stück, verdammt nochmal. Sieben verdammte Powerbomben habe ich. Nein, keinen Bock jetzt hier wieder aufzukommen. Und mein Powerbomben. Haha. Ganz viele davon. Ich habe sieben verdammte Powerbomben. Damit kann ich siebenmal verdammt immer hier was dick bomben. So, komm du mal runter. Ist da wohl vielleicht noch was? Wenn du das schon so vehement beschützt. Blö. Ja, jetzt komme ich wieder hier hin. Aber hier haben fast keine Raketen mehr. Gut, das erübrigt sich gerade. Bei den Viechern. Ich glaube, ich nehme einfach jetzt das Spielstück auf. Keine Ahnung, ob das noch geht, aber ich habe gerade so eine Lust drauf. Vor allem, weil ich gerade so viele schöne Items gefunden habe. Ich nehme einfach weiter auf. So, du weg. Wie ich da an dem Speedbooster-Teil hinkomme, weiß ich immer noch nicht. Hallo da. Unten könnte ich jetzt noch ein paar Sachen machen, aber ich möchte mich erst jetzt hier rechts umschauen. Ich werde trotzdem gleich mal einen Schnitt machen. Einfach nochmal die Aufnahmen zu prüfen. Machen wir jetzt mal eben. Gut, dann machen wir einen kurzen Schnitt und bis zum nächsten Mal. Ciao.